Papa! Hey, was machst du denn da? Hi Terry! Hi! Neue Listen holen. Meine sind schon voll. Ja, jetzt viel Spaß. Ah Papa, weißt du, wo du grad da bist? Vielleicht hat der Herr Brückner ja eine Anleitung für den Baby-Anhänger. Der Lucky Cruiser D erfüllt. Maia, was sehnt du denn schon wieder? In unserer Familie gibt's keine Garten. Da reichen zwei Geschickte hin. Ich hab das Gefühl, der Papa braucht einfach nur ein Publikum, was ihn motiviert. Nein, Nadine, hab ich ja den noch vorhin gesehen. Na? Antonia? Weißt du noch, wie ich meinen Mamas Ring verschluckt hab? Mhm. Aber der ist nicht vorhin wieder rausgekommen. Äh, Maria? Na? Du brauchst doch jetzt keine Unterschriften mehr sammeln. Ja, aber in Schönau ist heute Fahrraddemo. Außerdem protestieren wir heute für Krötenzäune. Tschüss!